Hallihallo, Löhle! Zurück zu WoW! Weiter geht's! Äh, ich hab momentan unten keine Zwei-Fußballgarten mehr gefunden. Kommt erst später, ist keine Ahnung, ist egal. Äh, haben wir noch Zeit. Machen wir erstmal jetzt hier über ein Quiz abgeben. Äh, hab ich noch gar nicht. Dann, sorry. Ja. Henry Sykes, den hab ich grad schon gesehen. Ein kleiner Boss, wird erst gedacht. Mach mal den eben fertig hier, Henry Sykes. Hab ich gerade eben gesehen, er war hier vorne irgendwo. Da geht's. Da ist er doch. So, ach, haben wir die letzten, mein Fußbelatten auch gleich. Äh, haben wir hier im Sex ja mal? Oh. Ne, das ist ja da... Mit CDE und was. Noch weiter hinten? Ach ja, okay, 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 noch weiter hinten. Ich hab grad eben ja gesehen gehabt, beim rüberfliegen. Ich bin außer Reichweite. Schon im PvP-Gebiet. Wer ist da dabei? Fußrad, Fußrad? Nö. Nö. Ich muss näher ran. Alle wieder da. Aber wo ist jetzt der... Henry Sykes? Was ich gerade gesehen hab, wo ich hier nachdem jetzt jemand Fußbelatten gesucht hab? Da hab ich den gesehen. Äh. Hä? Ach, krampf. Öh, was denn das? Öh, was denn das? Also hinten, PvP-Gebiet ist er nicht. Das weiß ich, weil sie nicht bestätigt sind. Ich bin außer Reichweite. Ich arbeite in meinem Müll. Ich läuft auch mit zwei... Soldaten und die Gegend. Ich begreife schon gerade gelegt. Ich will dich noch nicht legen, weil ich die Quest noch nicht verzeihe. Also. Erste Offizier? Weißer PvP. Wie wenn ich hier das so nah rangehen würde? Weiß nicht, ob die mich töten können. Weiß ich nicht. Wissen. Wie aufhört? Wie aufhört? Äh, muss ich später machen. Das ist ein Henry Sykes. Weiß nicht, wenn der jetzt kommt. Weiß nicht, wenn der jetzt kommt. Das ist ein Fußsoldaten. Ja, mal gucken, wenn der kommt. Die wird schon wieder kommen. Ähm. Ne, ist jetzt hier auch nicht. Nirgendwo. Äh, machen wir weiter. Was haben wir denn noch für Quests? Ja? Lagt ihnen Angst ein. Äh, kann ich abgeben? Okay, dann gehen wir erstmal ab. Ach, waren die Fußsoldaten. Also die 200 fehlten. Alles klar. Okay, okay. Hallo. 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 Für die Horde. Was braucht ihr? Hab mir die Angst da. Vorwärts zum Sieg. So, machen wir jetzt die nächste Quiz erstmal. Nahe am Himmel. Ich hab mir eben einmal hier gucken, ob er irgendwo hier rumläuft. Hier machen wir das später. Jetzt sehe ich jetzt hier noch ein bisschen. Weiß nicht, welche äh, Response hat sie haben. Viele Stunde vielleicht? Keine Ahnung. Oder halbe Stunde? Kann ihn also ein bisschen dauern. Na, machen wir weiter. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ach, der ist er doch. Hallo. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Haben wir auch erledigt. Yeah, geht doch. Äh, komm, gehen wir eben schnell ab. Äh. Äh. Vorkreuzschritt. Erster Kapitel fällig. Von 7. Weiter geht's. Es gehen wir da ins Grüne. Die Fliegen geht zumindest, äh, schon ziemlich zügig. Und nicht allzu lange. Also ich hätte mit dem Fliegen, ne? Vor allem natürlich dauert es auch. Okay. Maustach immer. Nur ein Signal am Himmel. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Oh, wieso? Haben wir die beiden Quests? Ist mir noch einer? Genau. Hattie? Da. Uh, auch noch. Ja, ich muss aber. Und da bin ich Furze. Jetzt kann ich. Äh, fliegt Osthaus. Ach so, überwuchs, ja? Haben wir vorher schon einen gesehen gehabt? Da. Ja. Da. Klammerner Überwuchs. Tak. Weitfeld. Einmal das. Wolle ich noch nicht, ne? Auch noch nicht. Jetzt wieder so einer. Ein Überwuchs. Zwei Weischreißer straucht die Tarrayu aus Kipi Oh ja, kriegen wir schon immer einen gebacken Du bist schleckes Seinläufer Ach da ist einer! Ein Wildschweinchen Die Hyäne Sorry meine Hyäne Die schlafen Wollen wir schon mal drei befreit Ist das schon mal was da? Geh mal rein Weischreißer straucht Eisen Na, konnte ich mal Eisen Weil ich mich jetzt schon verarbeiten konnte Weiß es gar nicht Eisen 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 kann ich auch schon verhüben Alles sehr gut Ähhhh Aber hier hab ich noch nicht Eisen kann ich auch schon Eisen verarbeiten Kupfer Ne Kupfer Hier ist bei Gn80 Ne Kupfer 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 Ja, alles egal Mach keine Offscreen Mal ab und zu machen Muss nicht alles in der Folge sein Geh zurück Ey, wo ist die Musik? Musik ist weg Ich höre nix Da ist manchmal blöd bei WoW Manchmal ist Musik einfach weg Ein bisschen blöd Nicht um wenig stundenlang in Dauerschleife laufen Aber sollte schon Ja Rauf Ey, wir sind jetzt alle hier Alle weg Äh Laufen andere Spiele noch hier rum? So Wir fliegen Nein, man Nicht nur ein Peitschenranke Da ist wieder einer Was? Ja Einer fehlt noch Einer aus Da ist noch einer Habe ich gesehen Jetzt haben wir's schon mal Jetzt haben wir's schon mal Noch welche befreien Bleist 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 Das ist Auch hier Doch lieber Borsten Das ist noch ein Weißweißer Struck Sehr schön Sehr schön Auch jetzt Von 6 Komm du auch noch Bleib hier stehen Gebleiben Gebleiben Tschüss Hier haben wir auch Nur die Flüchtlinge 6 Borsten Äh Wie geht's für den Erz? Seh ich gerade Können wir ab und zu mal ein bisschen mitnehmen Wollen wir es sein? Wollen wir es sein? Wollen wir es sein? Geh ne? Das ist zu weit entfernt Die ganzen Gefangenen Noch nicht hier sein 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 Schnauzen Was Ich hab hier noch keiner gefangenen Immer noch nicht Ich hab hier schon Oh Ich hab hier noch nicht hier sein Was Ich hab hier noch nicht hier sein weit im Norden. Dann fliegen wir da ein bisschen hin. Geht es schneller, viel schneller. Ja, Musik fehlt noch immer. Ach hier. Einmal Grüße. Einmal Grüße. Einmal Grüße. 2. Es ist meistens mit Schrott drin, aber egal. Mach mal auf. Nehmen wir mit. Ah, gut, man hat noch ein Routefüßchen. Das ist nicht schlecht. Mal schön gut verkaufen. Lass ich die letzten. Dann haben wir es auch durch. Schön, schön, schön. Wieder was geschafft. Komm, du auch noch? Ja, du darfst auch raus. Mal auch geschafft. So, was fehlt jetzt noch? Äh, abgeben. Ah, machen wir noch. Geben wir eben ab. Quests hier. 1, 2, 3. Keine Hexerei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich habe euch erwartet. Auch. Geht in Frieden. Ebel Schnauze. Ein Boss. Wir sehen uns wieder. Zamos. Schön. Schön. Na schön. Und du auch noch. Und du auch noch. Mögen euch die Winde leiten. Ja, ja. Sie haben gewünschte Blütenknospen. Sie haben gewünschte Blüten in der Unruhe. Geht mit der Ehrenmutter. Ja, Leute. Was haben wir heute? Dann sehen wir uns die nächsten Folge von WoW. Bis dahin. Schön mit Ö. Mit Musik. Bis zum nächsten Mal.